Hallo zusammen. Die Diagnose Krebser bekommen ist sicher für jeden ein absoluter Hammerschlag, was es betrifft. Ich selber bin vor knapp 15 Jahren damit konfrontiert worden. Jetzt bin ich hier, mir geht es gut. Aber natürlich haben nicht alle so viele Glück in mir. Ich bin George und auch ein Musiker aus dem Seeland. Und ich gebe mir Stimme im Kampf gegen Krebs am 9. September auf der Bühne auf dem Bundesplatz in Bern. Kommen wir da vorbei.